Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir in Thondorf zu Gast und ich habe meine kleine Jack dabei und einen Hero und einen Hubschrauber. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist für mich so ziemlich der erste Tag wieder draußen auf dem Flugplatz, aus dem wir natürlich ein bisschen trainieren und schauen wir mal, dass wir das mit ein paar geeigneten Videos einfangen können. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.